Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ableton Live Insider Tips. Die Idee für dieses Tutorial hatte ich, weil mich ein Student gefragt hat. Und was er gefragt hat, war, wie kann ich es machen, dass wenn ich in der User Library meine eigenen Presets und so weiter speiche, ich das automatisch auf meinem anderen Computer zu Hause geupdatet bekomme. Und die Lösung, die mir dazu eingefallen ist, ist eigentlich ganz praktisch, besonders, wenn man Dropbox sowieso benutzt. Natürlich geht auch ein Service, der genauso wie Dropbox funktioniert, genauso. Das ist egal, ich benutze Dropbox und dementsprechend zeige ich es euch damit. Und was wir da machen können, ist erstmal in Finder oder bei Windows natürlich im Windows Explorer zu dem Dropbox-Ordner gehen. Und dann können wir dann einen neuen Ordner erstellen. Dann können wir zum Beispiel Ableton Live Library oder sowas nennen. So. Und falls ihr nicht wisst, wo eure User Library momentan gespeichert ist, können wir dann live zurückgehen und in die Voreinstellung gehen. Und zwar unter Library kann man hier sehen, wo der User Library Ordner ist. Das heißt, ich würde da jetzt dann hingehen und die User Library einfach in meinen neuen Ordner hier in den Dropbox-Ordner reinkopieren. Und sobald ich das gemacht habe, dann kann ich einfach hier auf Browse gehen, kann zu dem neuen User Library Ordner, den ich dann hier drinne hätte, gehen und das öffnen. Und dann hätte ich da die Library gesetzt. Und natürlich, so wie Dropbox funktioniert, wird das automatisch ein Backup gemacht und dementsprechend auch synchronisiert. Das heißt, wenn ihr Dropbox auch auf eurem anderen Rechner installiert habt, dann könnt ihr ganz einfach da auch gucken, dass der Ordner auch vorhanden ist. Dann in live in die Voreinstellung unter Library auch wieder gehen und über Browse den Ordner, die User Library in Dropbox Ordner auswählen. Und egal, wo ihr da was ändert von den Dateien in der User Library, dadurch, dass das mit Dropbox funktioniert, wird es automatisch geupdatet und synchronisiert. Und gleichzeitig habt ihr auch noch ein Online-Backup von eurer User Library. Und was natürlich auch möglich ist, man kann auch das Gleiche machen, wenn man zum Beispiel eine Live 8 Library hat. Und genauso für die Factory Packs wäre das möglich. Ist natürlich klar, dass man dementsprechend viel mehr einen Speicherplatz bei Dropbox oder einem ähnlichen Service dann eben bräuchte. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls du neu bei Ableton Live oder Push bist, dann schau dir meine Online-Videokurse an. Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite sonicbloom.net-de-kurses. Bis zum nächsten Mal.